Die Tierhaltung soll reduziert werden, um Fleisch sozusagen aus dem Markt zu drängen. In den Münchner Kitas haben die Grünen durchgesetzt, dass keine Wurst, kein Fleisch, kein Fisch mehr angeboten wird. Und da wird schon ein kleiner Kampf drüber geführt. Kein Fisch mehr angeboten wird. Angeboten wird, ja. Aber essen darf man es trotzdem, ne? Ja, wenn aber natürlich dort nichts gibt, gibt es nichts. Aber sagen Sie nie dazu, das ist interessant. Ich sag's ja jetzt gerade Ihnen hier. Es klingt so, als würden die Kinder, ich muss so nachfragen. Nein, ich hab's von mir aus gesagt. Nein, nein, nein. Also es ist so, die Kinder dürfen selbstverständlich weiter Wurst essen. Ja, daheim schon natürlich. Ja, auch in der Kita, wenn sie sie selber mitbringen. Ja, aber das bietet die Kita nicht mehr an. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Ich finde, wir haben 1% Veganer, wir haben 7% Vegetarier, finde ich alles gut. Aber diese Umerziehungswünsche, die es von einigen gibt, die lehnen wir halt ab. Und ich finde, jeder soll selber, darf ich zu Ende sagen kurz? Ja, ja, Sie dürfen. Jeder soll selber entscheiden, was er isst und was er will.